Tja, begrüße euch zum nächsten Schrumpfkopf TV Trailer. Ihr wisst ja, ich wiederhole mich da auch erneut immer wieder mal, dass ich mich da für ein Bildchen zu entscheiden habe. Das ist jetzt aber hier lang noch nicht der in Anführungszeichen dramatischste Beitrag, aber ich muss da natürlich immer auch ein bisschen Acht geben, was ich dann YouTube-Trailermäßig dann eben dort einstelle. Könnt ihr dann gerne wieder schauen bei VK, Beatshoot, Odyssey und Rumble. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.